Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DIRPV, zusammen mit Felix. Moin moin. Nachdem in der letzten... Er ist ins Feuer gerannt und er ist umgefallen. Du kannst nicht rauskriechen, ne? Nö. Gut. Nachdem in der letzten Folge von ganz vielen Wilden angegriffen worden sind, sich Felix gerade schon wieder selbst ausgenockt hat am Anfang der Runde, würde ich sagen, müssen wir definitiv anders rangehen. Wir brauchen Fallen. Ne, andere. Die Lötzschkappen machen hier. Die sind mir irgendwie... Nein, lass dich stehen. Aber die sind... Wir machen den ganzen Raum weg. Wir brauchen auch hier neue Pflanzen und so einen Scheiß. Das kann man... Ey, Pflanzen. Pflanzen ist unser letztes Problem. Wir sollten jetzt erstmal gucken, dass wir demnächst uns besser verteidigen können. So. Wie viele Seile hast denn du? Zwei. Gut. Wir brauchen Baumstümmel, wir brauchen ganz viele Stöcke. Ich baue dir jetzt mal die Fallen hin. Du baust die Fallen fertig und du nach Medizin. Wir brauchen definitiv Medizin. Eins. Ja gut, das ist doch kaputt, glaube ich. Ja, mein. So. Du machst das bitte fertig. Du siehst, was... Du siehst... Da kommt einer! Ich bin noch hier. Oh. Hier kommen zwei. Wir müssen zurück zur... Oh mein Gott. Wir müssen zurück zur Basis. Beides steigen, Block, 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 Block... ... hast du schaden gefunden. Hä?! Warte mal, ich habe Pfeilenbogen. Äh, ist alle. Ich habe keinen Pfeilenbogen. Ja, ich habe nichts, warte, ich habe doch noch Pfeile, was ich am besten gesagt habe. Du hast ein paar Pfeile, ne? Dann packt ihr mal da rein. Äh, nur einen? Ich habe doch alles rausgehört, äh, vier rausgehört. Hast du schon genommen? Ja. Nein, der nimmt mich, der kann mich keiner mehr eingeben. Ich habe ihn gar nicht momentan jetzt. Jetzt habe ich vier. Ah, okay. Oh, daneben. Pass auf. Treffer. Treffer. Pass auf die Alte auf. Ja, moin, Alter. So was kommt. Wohin, die ist hier bei mir, die Alte? Ne, der Typ hatte ich ausgenommen. Ich muss überlegen, wie ich das am besten mache. Headshots verteilen. Ich muss dich ja irgendwie wiederholen und die stehen gerade beide bei dir. Okay, die rennen gerade weg. Mach die Alte fertig. Die hat mich fast. Also ich habe null Life. Ich habe gerade gehofft, dass sie in die Falle reinrennt. Sie ist tot. Und der Typ ist auch schon tot oder was? Ne. Aber die ist in die Falle reingerannt. Ich habe doch gesagt, die Falle rettet uns. So ist denn der Typ? Ich gucke mal gerade, wo der ist. Ich habe nicht ernst zu viel Zeit. Nur noch ein dritter Leben. Komm her. Warte, ich habe den. Ich habe ihn. So, der müsste tot sein. Ja, kannst du aufstehen. So, ähm, die Typen. Einer liegt drin, einer ist da. Wir müssen definitiv die Fallen fertig bauen. Ich hole hier. Brauchen definitiv Heilzeug. Ja, und baue die Fallen definitiv fertig. Die brauchen wir sowas von. Ja, wieder zwei. Alter, was ist denn hier los? Ja. Ich versuche die... Ich habe keine Stücke. Egal. Wir müssen erst mal irgendwie gucken, wie wir hier überleben. Ach, Kacke. Ich will es echt wissen. Die eine rennt mir hinterher. Da muss man gucken, ob der Typ bei dir bleibt. Oh, die lässt mich nicht in Ruhe, ne? Wenn ich sterben sollte, muss ich sterben. Warum? Weil ich die jetzt wegloge. Mehr oder minder währenddessen. Ich muss irgendwie versuchen, die Fallen nach vorne zu bringen oder irgendwie deine Rüstung leben. Ich versuche es gerade irgendwie, unser Bestehen zu sichern. Die Fallen werden uns nicht viel bringen, weil die Typen immer wiederkommen und das in der Vielzahl, dass wir nicht mehr rausgehen können. Wir brauchen Waffen. Wir brauchen Heal, wir brauchen Rüstung. Rüstung können wir so viel eigentlich machen, wie wir wollen. Hätten wir genug Dings. Genug Tücher. Ich finde keine Ahnung, zu wäre. Ich hätte dir noch Dings geben sollen. Die Reparierer-Dings. Okay, ich habe Tücher. Aber noch kein Heal. Ah, das bringt mir keine Tücher-Spur. Alle zu wäre. Oder ich... Medizin. Vielleicht hat ja einer von denen hier einen Koffer liegen. Wie läuft es zu Hause ab? Hier, äh... Monstermäßig. Joke ich was. Okay. Das heißt, ich werde wahrscheinlich demnächst sterben. Wenn die nicht mehr beide sind, wenn die wohl woanders denn laufen. Ich habe halt null Heal, ne? Doch. Oder noch 10 AP. Also sitzt noch wenig. Das ist ja auch gerade. Oder Heal. Ich habe eine Idee. Ich habe ein Dorf gefunden. Ich habe ein Riesen-Tipp-Tipp von mir. Ich habe das Haupt-Dorf gefunden. Etwas Glück finde ich Medizin. Etwas Glück... Bitte nicht. Das... Die Dorf-Idee ist zu Ende. Außer ich hätte gerade Bock, mich mit drei Leuten anzulegen. Wohl eigentlich kann ich jetzt schon zurückkommen. Ich habe Tücher. Mit den Tüchern können wir uns Rüstung bauen. Und mit der Rüstung können wir überleben. Ein Schlag macht eine Knochenrüstung weg. Ein Seidentreffer. Oh, sie, ihr Monster. Ich kann mich eigentlich hier in Ordnung, wenn ich ihn finde. Das ist so zauberig. Haben wir irgendwo alle die Werke angepflanzt? Nein. Oh, fuck. Es ist der blöde Lorsch weggerannt. Was ist das denn hier? Doch, haben wir. Echt? Ja, ja. Einmal. Ich habe es gerade wieder angepflanzt. Oh, nicht mehr ernsthaft. Wir haben jetzt zu Hause. Hier dann hier. Ich habe noch ein Dorf. Ich probiere mein Glück nochmal. Das ist das Dorf, wo wir letztens in unserer Nähe. Wenn ich einen Koffer finde. Ich sehe einen Koffer. Ich sehe Tücher. Ich habe Kleidung gefunden. Sonst ist hier nichts. Ein Koffer. Ah, ne, zwei. Klebebandtücher. Ich habe die Dinger gefunden, mit denen man Bomben bauen kann. Ah, eine Bombe brauchen wir ja nicht. Wenn eine Bombe wäre, stell dir mal vor, wie triffst du unsere Sachen. Ah ja, ich weiß schon. Aber ich meine, später brauchen wir das irgendwann mal und wir brauchen auch nochmal hier die Schlöscher und so einen Scheiß. Okay, ich komme zurück. Ich kann jetzt wenigstens eine Rüstung bauen. Schon mal mehr wie gar nichts. Aber ich habe halt keinen hier. Hast du schon was gemacht, um ja, hier liegen Baumstimme schon mal zwei mit? Ja, ja. Du brauchst noch zwei für den ersten Fall. Du brauchst noch zwei Stimme. Gut, so. Ich mache jetzt mal Rüstung und dann gehe ich noch mal raus. Wir brauchen so unbedingt hier, Alter. Okay. Bin wir da? Ich nehme mir was zu essen. Ist das essbar? Ist das nicht? Ist auch nicht. Da hängt es sich dahin. Habe ich kleines Fleisch dabei? Ne, habe ich auch nicht. Ich habe Isolierband gefunden. Okay, nehme ich mal das Bein ab. Dann haue ich das auf das Feuer. Hast du Federn? Schleimann nach, hallo mal kurz. Schleimann nach, das Schleimann nach. Schleimann nach, so, das ist Schleimann nach. Ich hätte wahrscheinlich schon danach gehen müssen jetzt. Ich kann es euch erlauben, so lange zu warten. Es werden immer mehr. Okay, einmal noch. Dann habe ich fünf Rüstungen. So. Dann nehme ich den Stock und kurz nur mal die OP-Waffe. Mal gucken, ob es funktioniert. Gut. All mein Essen ist fertig. Ich war nicht fertig. Ich dachte, ich habe es vorher angezündet gehabt. Aber jetzt bin ich so gut wie tot. Das ist jetzt richtig bitter. Warum geht es nicht an? Jetzt. Es ist ja dunkel. Warum wird es schon wieder dunkel? Ja, lass die Nachtsache rufen. Lass doch nicht schlafen. Das können wir machen. War noch die Ehe in der Falle fertig. Du musst dich mal für den nächsten Tag ausrüsten. Ich brauche dich dann. Wir müssen dann auf Reisen gehen. Hier können wir definitiv nichts machen. Ich schlieg gleich. Hab mich nicht vor rum, aber irgendwie ist es nicht mehr gesund, Beine zu essen. Ich bin halt zum Hasen. Ach komm her, du Wichser. Ich hoffe, in die Falle zu rennen. Esbar. Jetzt. Wege trinken haben wir noch. Ist der in die Falle gerade? Noch nicht. Ich versuche gerade. Der muss schon hier vorne durchlaufen, ne? Na? Hier durchschieße. Nee, der überlebt das und der es so rumläuft. Ich bin doch nicht. Doch, da. Hast du ihn gerade abgeschossen? Was ist denn mit dem Stein abgehoben, Ruhe? Mit dem Fahrer kommt da einer noch. Wir sollten schlafen. Das sind drei. Ja, die Fahrer sollten wir noch schlafen können. Wir können schlafen, wenn wir das wollen. Ja, wir können schlafen. Oh, schnell. Ja, mach, mach, mach. Mach schnell, mach, mach. Wir werden immer noch da sein, das weißt du, ne? Hä? Wir werden danach immer noch da sein. Nee. Klar. So, ähm. Wollen wir mal was essen? Ess was, trink was. Hab ich noch Soda bei, String ist ein Soda. Bist du bereit? Komm mit. Essen, Essen, Essen oder Pfutz? Keine Beine, Beine tun irgendwie doch weh. Gut, wir haben doch noch Beeren. Ich esse mal ein bisschen Beeren hier. Zweier. Hey, warum ist das schon wieder Fleisch ins Katze? Schon wieder. Was hast du denn draufgelegt? Wir haben hier nur ein halbes Essen gemacht, scheiße. Reicht das jetzt, oder? Ne, essen nicht alle Beeren. Müssen los. Erst wie immer hat man verloren, aber geht schon zur Not. Wenn man so gleich die echte Axt. Mensch, den Weg zurück ins Haupthaus finde. Ich mach mal an mein Ding noch Tücher ran, will ich kurz. Du hast noch Tücher? Ja, hab ich noch. Wie viele denn? Äh. Egal. Guck immer noch. Zwei oder so. Guck immer noch mal auf den Boden. Ich hab alle zu Beeren gefunden. Na, könnt ihr das doch direkt mal. Ja, ich sprach mal raus mal kurz. Ich hab noch welchen Inventar gehabt. Du bist da. Eins. Gut, ich bin voll. Gut, jetzt laufen wir zurück in das Tor, wo ich hingelaufen bin. Da waren auf jeden Fall welche. Die Flutte fliegen hier auch noch rum. Was liegt hier rum? Hier ist noch ein Seil. Zwei sogar. Das ist giftiger Filz. Das bin ich auch vor mir voll. Nice. Okay. Was ist denn das hier? Ach, Seil liegt hier rum, ne? Liegen zwei Seiten da rum. Mh, nimm die mal mit. Die brauchen wir ja für die Fallen. Du bist ein Hase. Du musst jetzt nicht unbedingt töten. Da ist einer. Du bist schon wieder ewig weit weg. Ich bin an dir, Deck. Ich bin leider da. Denk dran. Wenn wir keinen Ausdauer mehr hast, ist das trotzdem ein Problem. Ausdauer ist da. Alles gut. Ich bin voll mit Ausdauer recht. Ist ein Dorf da. Okay. Wir gehen jetzt zum Hauptdorf. Da holen wir uns die gute Axt. Und. Ja, ist schon die fünfte Nacht. Ich werde dann mal meinen Feuerstab wahrscheinlich benutzen müssen. Hier oben ist die. Oder irgendwo hier war die auf jeden Fall. Das ist so. Hier in der dem Felsen. Okay. Wie viel Leben hast denn du? Nach Haus. Äh, ich bin. Halb. Bisschen mehr als halb voll. Warte mal. Schau mal gerade den Ort finden, wo der genau war. Okay, ich weiß, wo er war. In die Richtung. So, das Re fangen hier? Hm? So, das Re fangen hier? Du willst das Re schnell, ne? Und ohne Bogen wird es schwer. Ich will mich jetzt erst mal drauf konzentrieren, essen und alles aus dem Dorf zu holen. Wenn ich es gerade mal wieder finde. Guck mal, hier irgendwo war das. Wo zur Hölle bist du? Da, ich hab's. Bist du bereit? Komm, lass mal die Ausdauer wieder auffüllen. Ja, lass mal die Ausdauer auffüllen. Okay? Ja, nicht ganz. Wir gehen jetzt auch los. Ne, war's nicht. Hab's schon gesehen. Ist jetzt hier jemand da? Ne, scheint grad nicht zu. Ne, grad ist keiner da. Okay, sammeln. Ähm, an dem Holzbaum vorne. Oh, da ist einer. Zwei. Komm her, mein Freund. Ah, ja. Hier brennen. Brennen. Wo ist der andere? Ne, es gibt zwar keinen anderer. Helf mir mal. Du musst dir trotzdem schlagen. Schlag weiter. Du musst den Down kriegen. Komm weiter. Schlag so nur mit dem Stock drauf ein. Ah, fuck. Ja, die gäbe. Und weiter. Gut, der ist Down. Ähm, ich muss mir schnell mal wieder einen Stock machen. Also einer, der brennt. Obwohl ich eigentlich irgendwie die Axt brennen war. Hier, an dem Baum. Nee, an dem, an dem Baum hier. Warte mal, ich nehme das weg. Hä, hier war doch mal die Axt. Wo ist die fucking Axt? Elter, schlag dir alles, was du hier findest. Da ist ein Dosen, alles drin. Such mir die ziehen. Irgendwo hier muss nur eine Axt liegen. Sagen wir, wenn du die findest. So da. Dann schieb dir mal eine Axt an den Baum. Das ist ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. So, nimm so viel Stoff mit, wie noch möglich. Komm, ja, du Vogel. Ah, ist das der Vogel. Komm, hier hängen noch Seiler. Oh, hier ist gerade ein Leuchtfeuer. Hab ich gerade schon. Ja, Seiler. Soda. Okay, wenn die Axt nicht hier sind, ja jetzt. Wieder ein Leuchtfeuer, nur ja. Ja, okay. Hier haben wir noch einen. Ist an einem vorbeigelaufen. Ach, Klamotten. Das ist echt nicht die Hilfe, die ich mir erhofft hatte. Hier sind noch Seile zweier. Oh, fuck. Oh, nimm, ich go. Ist hier eine Höhle? Ich glaube, das wäre jetzt nicht Vorteil für uns, wenn wir in eine Höhle gehen. Hm, wir haben keine Höhle gefunden, ne? So, ich mach Soda für dich. Ja, Soda, ich bin so was von voll mit Soda. Ich auch. Scheiße, liegt echt wie Soda. Okay, ja. Das ist schlecht. Jetzt nicht. Dann noch. Stopp. Stopp, hab ich echt viel. Oder... Dynamit. Vier Stück. Ähm, zerschlag mal all die Dinger hier noch. Ist noch überall T-Shirt dran. Warum muss ich die zerschlagen? Man kann die einfach hängen lassen, die T-Shirt. Die steht, Dinger. Also sowas hier. Diese Totems. Ah, mit den Totenköpfen, ja. Ja, die haben T-Shirt, die... Ja, hier sind echt viele T-Shirt, oder? Die brauchen wir ja alle. Die T-Shirt kannst du nicht vollkriegen. Hast du nicht für uns Doppel da, T-Shirt? Oh. Wischne. Manche vielleicht, manche ja nicht. Hier ist Benzin. Benzin bringt mir nichts, ich will wissen, wo die andere Achse ist. Hier ist nochmal Benzin. Wo ist die? Oh, hier ist der Teil. Hier geht's irgendwo rein. Nein. Gehen jetzt in keine Höhle. Ich will ja wissen, wo verdammt nochmal die Achse ist, die normalerweise hier liegt. Oh, noch ein Koffer. Schokolade. Wo war der Benzin? Äh, da drüben in den Häusern, da hinten, wo du jetzt hinläufst. Ich weiß nicht, ob das... Ich habe jetzt vor Ort drauf, wie der Strafhalter. Wow. Hm, nix. Wir haben keine Achse. Ich war eigentlich mal eine Achse. Okay. Hast du alles so gut wie mitgenommen? Hier ist noch Totenköpfen, hier ist noch Stoff und so. Gehen wir den Stoff noch mit. Wir müssen halt nur... Wir müssen noch Typen bei mir hier. Wie viele? Äh, komm schon an, gerade deine hast du genug. Hilfe? Ja, ich bin schon unterwegs. Komm mal weiter zurück. Ja, die ist ja schon unterwegs, Typ. Ich muss erst mal brennen. So, jetzt. Komm her. Was? Ähm. Was tut es da? Schon noch einen. Mal rinden, mal rinden, mal rinden. Meine Dings ist alle, warte mal. Ich fahr mal kurz Pause, ich muss meine Waffe ausrüsten. Ich will die aufhalten, sonst ich warte, aber ich hab nicht mehr was für dich. Die machen wir fertig. Okay, ich bleib ran. Eieiei. Weiter auf ihn. Nein, fertig, schnell. Da kommt der andere. Haben getroffen. Und Angriff. Fuck, das Gewicht, ne? Nicht aufstehen lassen. Uh, da... Da kommt noch einer. Hinter dir. Na, fertig. Haben wir ihn? Ne. Okay. Ähm. Machen wir los. Nimm mal noch einen mit. Lassen die fallen, falls riskant wird. Ich bin jetzt nach Hause. Müssen wir fallen bauen. Oh, die Folge hier beenden schon anstelle jetzt? Haben wir gerade den Kampf geschafft. Nö, wir laufen noch besser aus. Okay, dann werden wir super. Ich suche mal erst mal meine Konfitaschenlampe aus, sonst Feuerzeug. Puh. Es war nicht so erfolgreich, wie ich eigentlich dachte. Ja, dann haben wir es auch für Stoff gefunden. Ja, Stoff. Wir können jetzt das Rüstung bauen. Ich sage, darf ich finden... Ja, wir haben noch Dynamit. Ja, stimmt. Damit können wir theoretisch Bäume fällen. Die Hoffnung ist auf unser Lager fliegen, sonst haben wir ein kaputtes Lager. Und jetzt bauen wir noch 13, da sind halt doch nicht alle. So. Und regnen tut es auch gerade nicht mehr. Essen geht uns auch aus. Wir haben nur noch diese komischen Füße. Oh, hier haben wir noch einen Lager. Ja, schau, das bringt mir alles nichts. Wir brauchen noch Federn. Ich sollte nicht nur gucken, ob wir Möwen am Strand töten können. Haben wir jetzt mal eine Team gefunden? Nee, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich bin eh voll. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin nur noch ganz wenig auf Weh. Schon da wieder. Ja, der hat mir vorhin einen Hitze gegeben. Der macht ab über 11,8,8,8 Schaden. Ich habe einen Hitze von dem Typen. So, hinlegen. So, jetzt sind wir normal. Gut. Du würdest sagen, endet die Folge zu The Force. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter hier agieren. Schaffst du es? Okay, egal. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Jetzt. Ciao.